Das Resümee ist einmal nach zwei Jahren einfach wieder empathisch mit Menschen zusammen zu kommen. Das ist die größte Energie für mich. Für mich ist Menschen zu begegnen, Menschen in einen Dialog zu bringen, Menschen, wenn man sagt, in einen Streit zu bringen, in einen Raufen zu bringen für die Sache. Das ist für mich Gesellschaft und das ist gelebte Demokratie und das habe ich heute gespürt auch, dass eine große Sehnsucht vorhanden ist, dass wir, wie man so sagt, uns wieder begegnet, auf uns zugehen dürfen und uns umarmen dürfen. Die Ausrichtung der SDGs, für die sich hier letzten Endes auch der Senat verpflichtet fühlt, die sehen wir auch als Mediengruppe als besonders essentiell und somit ist auch die Nähe zum Senat und zu den Themen des Senats besonders gegeben auch. Und das war auch für uns mit einem Grund, dieser Community auch beizutreten. Es ist eine sehr gute Vernetzung zu den relevanten Entscheidungsträger, um eben die Agenda österreichweit vorwärts zu bringen. Das ist unsere Aufgabe, das ist unsere Verantwortung und dann natürlich auch in die Unternehmen zu bringen und sich mit Unternehmen zu vernetzen. Das ist unsere Aufgabe, 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 die Beideeinigung, die sich mit einer anderen Seite zu bringen. Untertitelung des ZDF, 2020